Willkommen zurück zu Let's Play, äh, ja, Tales of Cillia 2, 2, nicht 2, was? Tales of Cillia im letzten Part. Haben wir Sidecrester ledigst, Druids Vater gerettet, Druid erwachsen, nicht werden gesehen, doch das haben wir auch, aber gesehen, wie stolz sein Vater war und uns über das Geisterklima, äh, gekümmert, denn auch Geisterarzt haben ihre Nachteile, und zwar um Dressel. Das tut jeder. Ja, okay, ich wollte gerade gucken, was wir noch alles in Sheridan erledigen können, aber wenn ich euch jetzt mal sage, wie viele Sidecrest wir jetzt erledigen können, äh, viel zu viel. Viel zu viel. Soh. Oh my gosh, it's a pink emerald! I can't believe you actually got one! We did as you said. Are you gonna show us the cute pink thing now or not? What's your name? Elise? Well, you beat us fair and square, pro pinkest Elise. Super fair and square! Thank you. Come with us. We'll show you the cute pink thing. Soh, this is it. It's so cute! Ich glaube, er ist ein Assessual oder so. I've never seen anything so pink and cute before. I can't believe how pink it is. Super pink, right? Here, Elise, this is for you. Congrats on becoming a pro pinkest. Thank you. Du deine Bewegung. Das war eine gut gewünschte Verzweiflung. Danke für all die Hilfe. Ich bin sorry, dass ich dich involviert habe. Nichts Wörter, aber ich bin sehr interessiert, was das selten Pink-Thing war. Ich, äh, ich kann dir nicht sagen. Ich finde Ellie's Zeit. Es ist ein secretes Schaub, nur zwischen Pro-Pinkisten. Es ist? Wenn du es so sagen willst, macht mich super interessiert. You're starting to sound like them. But we still won't tell you. I think becoming a Pinkist has been good for you. Prinzessinnen, oh God. Oh God. Äh. Wo ist das Prinzessan-Nan-Outfit jetzt bitte? Äh. Ein Symbol für Segen und Glück. Mit der Macht des heilenden Nichts. Nur außer weh, du könntest es wirklich führen. Achso, eine Waffe. Kurze habe ich für Ellie im letzten, äh, na gut, nicht im letzten Part, aber sonst so. Holy Macaroni. Bitteschön, diese Waffe hier noch gekauft. Ne, Quatsch. Die, die ich jetzt trage. Die da. Ach, du Scheiße, ey. Ist wie heftig. Woho. Okay, ich würde sagen, ich gehe einfach nach der Liste, dass wir jetzt sonst zu sehr durcheinander, welche Queste ich jetzt schon hatte oder nicht. Äh. Wow. Okay. Hallo. Wieder. Ne? Nein, wir müssen jetzt im zweiten Stock. Um eine Szene zu sehen. Und ansonsten sehe ich in diesem Abschnitt auch keine Sidecrest mehr hier. Jaja, Leute, ihr müsst essen. Warum müsst ihr essen, Alter? Esst mal nicht so viel. So, ab im zweiten Stock. Äh, hi. Und wir sehen eine Szene. Äh. Es war eine Familie von Kauz neben dem Baum, an der Oberfläche, an der Oberfläche. Mit einem Bull und zwei Sows. Das ist Mewzei's voice. Ich dachte, Mewzei war mit Gaius. Wir müssen uns in den Augen schauen. Nein, warte. Es ist ein Mensch mit ihr. Wir müssen uns beherren. Wenn Billy sie gefunden hat, hat er gesagt, Oh, okay. Okay. Wo ist Musée? Ich weiß, dass sie hier war. Ich weiß nicht, sind Sie von ihrer Freundin? Musée hat schon wieder verlassen? Sind Sie okay? Sie sind ein bisschen off, Granny. Musée muss sich aus der Tür gehen. Sind Sie jetzt besser? Ja, sweetheart, danke. Ihre Augen. Ich empfehle deine Gefahr, dear. Kannst du uns sehen? Ich kann dich sensieren. Ich bin vielleicht blind zu der Licht, aber ich habe gelernt, wie zu sehen andere Dinge. Ich muss dich etwas fragen. Ich weiß, Musée war hier. Was war sie? Was war sie? Bevor ich antworten, kannst du mir erklären, warum du so interessiert in ihr? Well. Musée ist Musée's sister. Elise. Musée ist mir schwer. Pfff! Mal machen das einfach für alle, okay? Musée ist sister? Ja. Es ist sehr gut, weil es klingt wie du nicht Musée anhebetst. Ich habe sie vor fünf Jahren kennengelernt, als meine Frau und ich waren in einem schrecklichen Anfall. Musée war da, und sie hat meine Leben saved. Unfortunately, meine Frau war nicht so glücklich. Sie hat deine Leben saved? Sie hat mir gesagt, dass sie nur auf einem Weg gemacht hat. Aber auch wenn ich überlebt habe, habe ich verloren verloren. Meine liebende Frau, die mir alle Tage zu erzählen war, war weg. Aber einen Tag, ich fragte Musée, ob sie mir zu erzählen würde. Und sie sagte, ja? Sie hat sie, aber ich konnte sagen, dass sie es liebte. Sie hat sie zuerst gemacht. Sie hat nur noch eine von ihren Wimsen, ich glaube. Kein Weg! Ha, passt aber irgendwie zum Musée. Ne, eigentlich nicht. Immer nur so, es ist mir doch egal. Es ist mir doch egal. Macht was sie wollen. Aber was soll's. Ich kann es nicht glauben. Sie ist eine sehr verehrte Frau, du kennst. Äh, ja. Ja, in ihr hin... Lassen wir das mal so stehen. Lässt sich vielleicht nicht umgehen. Mila? Ich verstehe, wie du fühlst. Gut. Das ist wunderbar. Warum schreitst du? Ich bin nur glücklich, dass du das hörst. Okay. Warum auch immer? Gut. Lakutam Seehafen. Äh... Oh, stimmt der ist ein ganz normaler Ort. Oder? Ja. Nähert euch dem Wasser an einer niedriggelegenen Stelle für eine Szene. Kann ja nur... ... ... ... ... ... ... ... Wollte ich sagen, aber nein, hier gibt es ja auch einer. Hä? Nähert euch dem Wasser an einer niedrig gelegenen Stelle. Ich sehe hier nicht noch eine niedrig gelegenen Stelle. Ja, super. Weißt du noch, als wir über den Rand der Welt geredet haben? Natürlich. Jetzt wissen wir, dass Olympios hinter dem Rand liegt. Und was befindet sich dahinter? Genau. Das hätte ich dir aber das letzte Mal auch schon sagen können, Kleiner. Das stimmt. Vor langer Zeit hat Maxwell diese Welt mit dem Schisma umgeben. Seitdem hat Maxwell keine Mühe gescheut, damit es so bleibt. Er tat dies alles, um die Menschen von Rizemaxia zu beschützen? Genau. Und jetzt versuchen wir, das Schisma zu zerstören. Wir sind nicht die Ersten. Im Laufe der Jahre gab es unzählige Abenteurer, Wissenschaftler und Artexperten. Und viele großartige Menschen haben ihr Leben dem Mysterium des Schismas gewidmet. Ich nehme an, nicht einmal der Große Maxwell konnte etwas gegen die unbändige Neugier der Menschen ausrichten. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn die Menschen nicht eine so große Neugier und so viel Enthusiasmus besäßen, hätte Maxwell sie dann für so schützenswert gehalten? Keine Ahnung, das war aber kurz. Leron, das haben wir jetzt schon. Mit dem Essen. Xyandu. Xyandu. Gott. Was war das eigentlich nochmal? Achso. Oh Gott. Jetzt darf ich mich hier mal wieder auskennen. Ich glaube, ich hätte etwas mit der Mutter machen können. Und während ich da bin, sollte ich Aila auch sehen. Okay, dann wollen wir mal tun. Der Grund für das wechselnde Geisterklima. Xyandu spricht wieder mit dem Mädchen, dass ihr seht, wenn ihr den nördlichen Aufzug auf der westlichen Seite der Stadt nehmt. Den nördlichen Aufzug auf der westlichen Seite der Stadt. Alles klärchen, Wunderbärchen. Dann nehmen wir den mal. Ah, ich glaube den da. Da oben ist ja auch noch einer. Glaube ich. Ja, so ungefähr. Hallo. Geografin, bitte. Geografin, bitte. Geografin, bitte. Die sagen, die Soldaten, die von den Flugzeugen kamen, bräuchten durch eine Walle in den Skyen, um hier zu kommen. Think about that. Eine Walle, die um die ganze Welt zu entdecken. Das kind of Power könnte leicht ausführen, die Spiritsklimen sind. Der Schism. Der Schism? Oh, ich liebe das Name. Okay, wir referieren uns zu dieser Wallen als der Schism. Das nächste Problem ist, woher kam der Schism? Die Fragen werden nie enden, aber das ist weshalb ich die Wissenschaft liebe. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo es zu Elvins Mutter ging, aber ich glaube, dann müssen wir diesen Aufzug hier benutzen. Bin mir nur nicht sicher. Nein, hier gab es nur die Läden, oder? Ich wette, ich nehme wieder den letzten Aufzug. Links, rechts, geradeaus. Den da. Keine Ahnung, ob der stimmt, aber werden wir sehen. Scheint so. Das ist wo deine Mutter lebte, nicht wahr? Ja. Du bist zurück? Hey, Isla. Ich habe deine Läden. Also... Mom ist tot. Du bist tot. Du hast sie bereits gebrannt? Das... Das ist richtig. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Wenn ich hier bin, sie hat bereits gebrannt. Mom. Warum hast du das gemacht? Ich bin so sorry. Ich bin okay. Ich bin so sorry. Es ist miteinander. Ja, ich bin Пред מצ changes Thema. Da vielleicht bin ich sehr unsicher. Ich bin in Hoffnung, weil ich derzero? Ich hab mit ihr? Sie wäre derjenige, mich zu entschuldigen. Okay, genug von diesem. Isla, wie hat sie wirklich sterben? Was? Wenn du die cause der Todesmögen... Du denkst nicht, dass es die Zutmögen war? Weil meine Mutter wusste, dass du es mit ihr in ihr Essen warst. Was? Was? Remember how she'd have those lucid moments? She told me about the poison in a letter. She lied. If she knew about it, why did she eat? Don't strain yourself. You never were a good liar. It's... it's you and that group of yours' fault for trapping me here. Wait, stop. This side quest... what? What? Isla went to the royal hunting grounds. Dammit. After her! What? Okay, erstmal Elvins Mutter tot. Zweitens... Noble Castle irgendwie und... Hast du nicht gesehen? Okay, ähm... Ähm, ähm, ähm... Labari-Kessel. 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 So... Leute, habt ihr nichts zu tun oder warum seid ihr immer noch hier? So, dann heißt es, sie soll auf der ersten Brücke sein. Ja, hallo. Warum hast du Alvins Mutter getötet? Ja, hallo. Because she was holding her back. So long as mom was alive, Isla could never get her happy ending. Exactly. I don't want anything more to do with Exodus. All I want to do is live a normal, happy life. I will... Did my mother suffer? Good. That's the one thing I was worried about. You're going to let her go? She killed your mother! Mom knew she wasn't long for this world. She told me so in her last letter. She asked me to set Isla free after she died. She knew? And she's still... Yep. Even though it meant she'd never return to the home she loved so much. I... I don't believe you. You're just going to blackmail me again. I have to destroy all the evidence. I have to erase my former self. Or else I'll never be truly happy. Holy shit. Wait. Wait. Isla, stop. Ah! Ah! Isla! Isla! How is she doing? Thanks to your first aid, her injuries have healed up nicely. But... Mommy. Why are you leaving me? Mommy. Please don't sell me. I promise I won't complain about being hungry. Please. Mommy. How could this happen? Don't worry, Isla. I'm here. I'll always be here for you. Whether you get better or not. Isla is lucky to have you. But... It's so sad. Are you sure it's okay for us to stay here? I don't mind. She'll be safe here. They don't know about this place. But I'm taking the gun belt with me. It's been in my family for a long time. I promised my mom I'd take it home with me. Then I hope you find your way back home. It's the least I can do for her. She was a great mom. Ach, du Scheiße, ey. Die Sidequests sind ja wirklich in sich. Okay. Elvin. Äh. Es ist nur die Frage, wenn Elvin ihn bei sich trägt. Er lernt er die Fertigkeit, Rüstung, Laden. Da. Ja. Vermeide Taumeln im aufgeladenen Zustand. Wenn wir genug Punkte hätten wär's toll. Ah, wobei. Paulie. Nehmen wir Lichtschutz raus. So, dann mal sehen, wo geht's jetzt denn... Das haben wir schon, Lays versagen, Fanmont. Hallo. Erstmal gucken wir, wie lange ich überhaupt aufnehme. Viel zu lang, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.